Moin Leute, was geht? Willkommen zum kleinen Video von Myths of Empires. Ihr habt vielleicht schon mitbekommen, man kann eigene Server erstellen und ich möchte euch in dem Video gerne erzielen oder zeigen, wie und wo das geht. Falls ihr ein Video haben wollt, was man so einstellen kann, dann schreibt es mir in die Kommentare und dann wird es auch nochmal dazu ein extra Video geben, weil ich glaube, das würde diesen Videoraum einfach sprengen. Daher geht es erstmal hier darum, wie ihr euren eigenen Server mieten könnt. So Leute, dann möchte ich euch mal erklären, wo ihr einen Server mieten könnt. Also ich würde euch empfehlen, bei Nitrado einen Server zu mieten. Und das liegt nicht daran, dass ich Nitrado Partner bin, Leute, sondern es liegt daran, dass diese Server von Nitrado jetzt seit Jahren schon gut laufen. Ich bin jetzt seit 3-4 Jahren über Arc schon bei Nitrado und wenn die Server irgendwie räudig oder der Support irgendwie schlecht wäre, würde ich selber da ja nicht spielen, oder? Dann würde ich mir auch woanders den Server mieten, weil ich sage mal, jeder möchte irgendwo den maximalen Spielspaß haben. Und dem bietet mir Nitrado auch der Support, wenn Probleme sind, sind echt gut. Ich meine, klar, es gibt ein paar Leute da draußen, die mir schon sagen werden, die haben so schlechte Erfahrungen, Leute, aber das ist wie bei allen Dingern, ja. Da könnte man ganz kurz sagen, das ist wie Apple und Samsung, das ist wie Vodafone und Telekom, ja. Immer sagt einer gut, der eine sagt schlecht, der eine hat gute Erfahrungen, der eine hat schlechte Erfahrungen. Also, ich persönlich kann euch nur sagen, dass ich bei Nitrado immer gute Erfahrungen gemacht habe. Natürlich gab es in einem oder anderen kleinen, ich glaube mal, Bug, den es irgendwo gab, den habt ihr überall, den wird es auch bei G-Portal zum Beispiel geben. Also, wenn ihr bei Nitrado einen Server mietet, könnt ihr einfach ganz zum Einberg hier oben drauf gehen, auf Myths of Empires, gibt es sogar gerade einen Sale. Oder ihr klickt über meinen YouTube-Kanal, über den Banner oder auch über die Videobeschreibung hier von diesem Video einfach drauf und öffnet sich auch die Nitrado-Seite. Wenn ihr darüber drauf geht, supportet ihr mich ein klein wenig. Ihr bezahlt nicht mehr, aber ihr müsst, wie gesagt, müsst ihr nicht machen. Ihr könnt auch einfach auf die normalen Nitrado-Seite gehen. So, dann würdet ihr auf Mr. Vampire klicken, dann sagen wir jetzt hier, miete eigenen Game-Server. Ja, mein Internet ist heute wieder mal echt super schnell. So, und ihr seht auf jeden Fall, ihr müsst mit 16 Slots auf jeden Fall anfangen, mit 3 Tagen Laufzeit, wenn das kleinste was geht. Ihr könnt auch hier das Ganze individuell anpassen. Wie gesagt, 24 Slots zum Beispiel mit 30 Tagen für 18,50. So, ihr könnt, wie gesagt, das Ganze aber auch anpassen, dann könnt ihr hier im Prinzip euren Standort wählen, dann sagt ihr hier die Slot-Zahl, dann sagt ihr hier die Größe, äh, die Slot-Zahl und die Länge der Dauer. Ihr könnt auch direkt auf zum Beispiel 365 Tage gehen. Ihr seht, es ist immer ein bisschen Prozent ab 90 Tagen. Wählt das aus und ihr seht hier zum Beispiel 16 Slots kosten 12,99 für 30 Tage. So, und dann würdet ihr aber weitergehen. Und dann könnt ihr einfach hier auswählen, wie ihr das Ganze bezahlen wollt. Es gibt sehr, sehr viele Zahlungsmethoden, ähm, die ihr benutzen könnt. Und, und ja, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr euren Server mieten und das war es schon. Also wirklich relativ schnell, also ein Server in ein paar Sekunden, ähm, gemietet. Und dann könnt ihr schon in die Welt von Mr. Vampire einsteigen. Also Leute, ich würde sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen bis hierher. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr ein Video haben wollt, wo ich euch das Einstellen des Servers erkläre. Und falls ihr Guides haben wollt, auch dazu eine kleine Info in die Videobeschreibung. Sag mir Bescheid. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.